Ich fragte mich, warum nimmt er meine Bibel aus meinem Koffer, bis mir klar wurde, dass er nicht vorhatte, sie wieder zurückzulegen. Auf einmal schaute die ganze Reisegruppe zu uns, weil ich mehr oder weniger den Verkehr aufhielt. Also wurde ich lauter und sagte, entschuldigen Sie, das ist mein heiliges Buch. Sie können es mir nicht einfach wegnehmen. Ich möchte mit meinem heiligen Buch weiterreisen. Herzlich Willkommen im Open Doors Hoffnungszentrum für verfolgte Christen hier in Kelkheim. Wie schön, dass du wieder dabei bist. Wir haben hier wieder Evert. Evert, vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei bist. Ich freue mich auch, wieder hier zu sein. Vielen Dank. Evert, du bist in über 90 Ländern dieser Welt unterwegs gewesen und ich weiß eigentlich gar nicht so wirklich, wo ich anfangen soll. In welches Land möchtest du uns heute mitnehmen? Ich würde dir gern von Holland erzählen. Dort bin ich am liebsten. Meine Familie und meine Frau Nelly sind dort. Da ich oft nicht zu Hause war, bleibt es immer mein Lieblingsort. Aber das ist offensichtlich nicht die Antwort, die du auf deine Frage erwartet hast. Ich möchte dich in ein fast surreales Land mitnehmen. Saudi-Arabien. Dabei habe ich mich gefragt, wie ich unseren Zuschauern und Unterstützern dieses Land näher bringen kann. Das ist sehr schwierig. Aber dann kam mir eine Werbeanzeige in den Sinn, die ich im bekannten Time Magazine gesehen habe. Diese Werbeanzeige habe ich in Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens, entdeckt. Während ich durch das Magazin blätterte, blieb ich auf einer Seite hängen. Dort war eine Flasche abgedruckt, die geschwärzt war. Diese Anzeige war mittig auf der Seite zu sehen und ich erkannte sofort, dass es sich um Werbung von einem Bierhersteller handeln musste. Aber das konnte man auf der Flasche nicht mehr erkennen. Die Marke war nicht mehr erkennbar und die Flasche war ganz schwarz. Ich blätterte dann weiter durch das Magazin und entdeckte auf einer weiteren Seite das Bild einer Frau, die ebenfalls ganz in schwarz bedruckt war. Vermutlich, weil sie zu aufreizend dargestellt war. Das Bild war eigentlich nicht schlimm. Ich hatte es schon mal gesehen. Und in diesem Augenblick verstand ich, dass die Saudis alles schwarz bedruckt hatten, was mit Alkohol zu tun hatte oder zu aufreizen schien. Und ich dachte, schwarz. Ja, schwarz ist die Farbe, wenn ich an Saudi-Arabien denke. Ich erinnere mich noch an meinen ersten Flug nach Daran. Ich gab mich als Geschäftsmann aus. Das war damals die einzige Möglichkeit, in dieses verschlossene Land zu kommen. Neben mir im Flugzeug, auf der anderen Seite des Ganges, saß eine attraktive junge Frau, die ich während des Fluges kaum beachtete. Aber ich erinnere mich noch sehr gut an sie. Warum? Vor der Landung kam sie zu ihrem Platz zurück, ganz in schwarz gekleidet. Sie trug schwarze Handschuhe und eine Burka. Nur noch ihre Augen waren zu sehen. Und ich dachte, ist das noch dieselbe Frau? Das sind meine Erinnerungen an Saudi-Arabien. Es ist heiß, warm, eine Wüste und es ist schwarz. Das ist, weil es ein muslimisches Land ist. Es war nicht immer ein muslimisches Land. Nein, das ist das Traurige daran. Wenn man durch Saudi-Arabien fährt, sieht man überall Moscheen. Man sieht große Moscheen, kleine Moscheen, mittelgroße Moscheen, 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 an jeder Ecke der Straße. Man sieht es und kann es nicht ignorieren. Sogar in der Nacht ist es präsent. In ganz Saudi-Arabien, an jeder Straßenecke ist der sogenannte Assan, der Aufruf zum Gebet zu hören. Ständig hört man jemanden Allahu Akbar rufen. Als Christ sucht man natürlich auch nach Kirchen. Aber es ist keine einzige zu sehen. Saudi-Arabien gilt für Muslime als ein heiliges Land. Die heiligen Städte Mekka und Medina liegen dort. Wenn man beispielsweise auf der Autobahn Richtung Mekka fährt, sieht man große Schilder mit der Aufschrift, verboten für Nicht-Muslime. Ab da ist es also nicht gestattet, weiterzufahren, da es ein heiliger Ort für Muslime ist. Wenn wir von heilig sprechen, Evert, ich kann mir vorstellen, dass du deine Bibel mitnehmen wolltest. Ist das erlaubt? Schon, oder? Nein. Aber als Christ reise ich nie ohne meine Bibel. Vor allem, wenn ich nicht bei meiner Familie sein kann. Gottes Wort ist mein Anker und er spricht dadurch zu mir. Ich bin es einfach gewohnt, die Bibel zu lesen. Ich hatte also die Bibel in meinem Koffer und reiste mit einer Gruppe von Geschäftsleuten. Das war meine Tarnung. Als wir am Flughafen in Daran ankamen, mussten wir alle unsere Koffer öffnen. Irgendwann durchsuchte der Zollbeamte auch meinen Koffer. Natürlich hatte ich meine Bibel nicht versteckt oder verpackt. Der Zollbeamte nahm meine Bibel aus dem Koffer und legte sie daneben auf den Tisch. Ich verfolgte seine Bewegung und fragte mich, warum nimmt er meine Bibel aus meinem Koffer? Bis mir klar wurde, dass er nicht vor hatte, sie wieder zurückzulegen. Ich hatte nicht vor, mit ihm zu streiten. Ich nahm einfach meine Bibel und legte sie zurück in den Koffer. Er folgte mit seinen Augen meiner Bewegung. Dann nahm er meine Bibel wieder aus dem Koffer heraus und legte sie auf den Tisch. Diesmal aber etwas näher an sich selbst heran. Ich dachte, interessant. Die Bibel lag für mich noch in Reichweite. Ich griff nach ihr und legte sie wieder zurück in meinen Koffer. Da sagte er, nein, das ist verboten. Das Spiel scheint nicht zu funktionieren, dachte ich mir. Ich musste mir was anderes überlegen. Ich sagte ihm, entschuldigen Sie, das ist mein heiliges Buch. Und ich bin Christ. Ich bin es gewohnt, mein heiliges Buch zu lesen. Sie als Muslim sollten das doch verstehen. Ich darf Ihren heiligen Koran auch nicht berühren. Warum nehmen Sie sich also die Freiheit, mein heiliges Buch anzufassen? Ich möchte mein heiliges Buch mitnehmen. Er erwiderte, nein, das ist ein verbotenes Buch. Auch diese Methode schien nicht zu funktionieren. Du musst dir das vorstellen. Auf einmal schaute die ganze Reisegruppe zu uns, weil ich mehr oder weniger den Verkehr aufhielt. Also wurde ich lauter und sagte, entschuldigen Sie, das ist mein heiliges Buch. Sie können es mir nicht einfach wegnehmen. Ich möchte mit meinem heiligen Buch weiterreisen. Mein Tonfall schien zu wirken und sofort kam der Vorgesetzte des Beamten. Er fragte, was hier los sei und ich erzählte ihm, was passierte. Dann sah er mich an, sah auf meine Bibel und sagte, in Ordnung, Sie können Ihre Bibel mitnehmen. Sagenhaft. Das ist eine coole Story. Aber wie muss ich es mir vorstellen, wie ist es insgesamt in Saudi-Arabien? Gibt es dort einen großen Bedarf nach Bibeln oder kommt man schon irgendwie an eine Bibel heran? Oh ja, es gab dort große Bibeldruckmaschinen. Nein, das ist natürlich ein Scherz. In Saudi-Arabien gibt es keine Bibel. Es ist ein zutiefst islamisches Land. Die Bibel gehört zu einer Religion, die nicht akzeptiert wird. Man darf nicht vergessen, Saudi-Arabien liegt unweit von Israel, dem Geburtsort des Christentums. Der Ursprung des Christentums liegt nicht in Europa. Es begann in Israel. Es begann auch nicht in den USA, was ja einige Leute mittlerweile zu glauben scheinen. Der Ursprung liegt im Nahen Osten, in Israel. Und von dort breitete es sich in den Ländern um Israel herum aus. Daher gab es auch eine frühe Kirche in Saudi-Arabien. Aber heute gibt es keine Kirche mehr, denn die Bibel verunreinigt den islamischen Boden. Es gibt keine Bibeln. Du kannst Bibeln weder mitnehmen noch kaufen. Es ist ein verbotenes Buch in Saudi-Arabien. Aber wie kann man denn dann Bibeln nach Saudi-Arabien bekommen? Deshalb kommt Open Doors ins Spiel. Denn wir sind ja als Bibelschmuggler bekannt. Wir mochten das Wort übrigens nie. Wir nannten es lieber einen inoffiziellen Transport. Aber in diesem Fall ist Schmuggel vielleicht das richtige Wort. Und das wird durch die folgende Geschichte deutlich. Ich erinnere mich an eine Frau, die damals so alt war, wie ich es heute bin. Ich glaube, sie ist mittlerweile beim Herrn. Diese Dame hat mich beeindruckt. Sie war in meinen Augen eine Heldin. Sie war Bibelschmugglerin. Aber ich werde nicht verraten, wie sie schmuggelte. Denn ein Zauberer verrät ja bekanntlich seine Tricks nicht. Aber das Wunderbare ist, sie nahm das Risiko auf, sich Bibeln in Saudi-Arabien zu verteilen. Einmal erzählte sie mir eine lustige Geschichte. Sie kannte einen US-Amerikaner, der Alkohol nach Saudi-Arabien schmuggelte. Ich weiß zwar nicht, wie der Kontakt zwischen ihnen entstand, aber das spielt auch keine große Rolle. Dieser Kerl schmuggelte ganze Container voll Alkohol nach Saudi-Arabien. Nicht nur kleine Kisten mit einigen Whisky-Flaschen, sondern ganze Container. Wir liefern alles, sagte er zu der Frau. Aber er sagte ihr auch, was ich tue, ist gefährlich. Aber was du tust, das würde ich niemals wagen, denn das ist noch gefährlicher. Ihm war völlig klar, welche Gefahr das Schmuggeln von Bibeln mit sich brachte. Das ist interessant, ja. Wenn du das so erzählst, ich habe ja jetzt inzwischen schon von dir gelernt, Evert, dass es eigentlich in jedem Land dieser Erde Christen gibt. Hast du in Saudi-Arabien Christen getroffen? Hauptsächlich leben dort ausländische Christen. Sie werden leider sehr häufig ausgebeutet. Es handelt sich dabei meistens um Menschen aus Sri Lanka, Indien und von den Philippinen. Sie sind überall zu sehen und erledigen einfache Arbeiten. Sie sammeln den Müll ein und arbeiten in den Geschäften. Von ihnen gibt es sehr viele und eine große Anzahl sind Christen. Und natürlich dürfen sie keine Bibeln besitzen. Die meisten dieser Christen haben keine Bibel. Deshalb versorgt Open Doors sie mit Bibeln, damit ihr geistlicher Hunger gestillt und ihr Glaube gestärkt wird. Durch das Reisen lernt man viele Menschen kennen. Natürlich bin ich nicht gutgläubig drauf losgefahren, sondern habe nachgeforscht. Daher hatte ich bereits ein paar Kontakte. Diese Leute habe ich angerufen und sie luden mich in ihren Gottesdienst ein. Das steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was ich zu Beginn gesagt habe. Es gibt keine Kirche, zumindest keine physische Kirche mit einem Kreuz darauf. Aber es gibt viele Villen in Saudi-Arabien. Jede Stadt hat einen Außenbezirk mit Villen. Das nutzen die Christen für ihre Zwecke und mieten eine Villa an, um dort Gottesdienste zu feiern. Die Gottesdienste beginnen dort aber nicht um 10 Uhr morgens, wie hier in Deutschland oder Holland. Hier kommen die Menschen erst kurz vor 10 Uhr an. In Saudi-Arabien ist der Einlass bereits um 8.30 Uhr möglich. Dadurch verteilt sich die Ankunft auf anderthalb Stunden und die Christen kommen nach und nach in die Kirche. Es soll nämlich nicht auffallen, dass sich viele Menschen in einem Gebäude treffen. Sie parken ihre Autos auch nicht direkt vor der Villa, sondern in den umliegenden Straßen. Es wirkt also ganz normal und unauffällig. Kurz vor Beginn des Gottesdienstes wurde ich zu so einer Villa gebracht. In der Villa fiel mir sofort auf, dass alle Wände mit Eierkartons verkleidet waren. So waren die Räume schalldicht. Dann begann der Gottesdienst und sie baten mich zu predigen. Ich fragte mich, wie das in einer Villa mit vielen Räumen funktionieren sollte. Dafür stellten sie mich in den Flur. Und ich konnte reihum in die einzelnen Räume sehen. Vom Schlafzimmer weiter ins Wohnzimmer und weiter in die Küche. Und überall standen Menschen. Zu Beginn sangen wir gemeinsam. Das war eine der schönsten Erfahrungen, die ich je gemacht habe. Denn sie sangen mit flüsternder Stimme. Stell dir 70, 80 Leute in einem Raum vor, die zusammen sehr leise singen. Es klang so seltsam und schön zugleich. Und so treffen sich die Christen manchmal. Denn es ist ziemlich gefährlich. Es hat ernste Konsequenzen für sie, wenn sie entdeckt werden. Dann werden sie des Landes verwiesen. Für die Menschen ist das kein Spaß. Denn viele arbeiten dort, um ihre Familien in der Heimat zu versorgen. In so einem Land gibt es auch Christen, die Moslems waren? Ja. Hast du welche getroffen? Ich habe welche unter strengster Geheimhaltung getroffen. Denn eigentlich kann ein Muslim geistlich und rechtlich gesehen kein Christ werden. Sie wären dann zu Verrätern ihres Glaubens. Und das bedeutet in vielen Fällen die Todesstrafe. Du kannst dir also vorstellen, dass die Menschen sehr vorsichtig damit sind, ihren christlichen Glauben zu bekennen. Ich traf dort einen jungen Mann, der Christ war. Wir hatten ein tolles Gespräch und teilten unsere Lebensgeschichten miteinander. Ein Jahr später traf ich ihn wieder, jedoch nicht in Saudi-Arabien, sondern in Bahrain. Es war einfacher, sich dort zu treffen. Und wir hatten Zeit, uns zu unterhalten. Er sagte zu mir, ich stecke in einem Dilemma. Kannst du mir helfen? Ich fragte ihn, was sein Dilemma sei, und er antwortete, ich habe mittlerweile geheiratet. Es war eine arrangierte Ehe, und meine Frau ist keine Christin. Jetzt hat sie mir gesagt, dass wir ein Kind bekommen. Ich frage mich nun, wie ich mein Kind erziehen soll. Muslimisch oder christlich? Natürlich möchte ich es gerne christlich erziehen, aber ich weiß nicht wie, weil ich meiner Frau dann von meinem Glauben erzählen muss. Sie stammt aus einer streng gläubigen muslimischen Familie, und ich bin mir nicht sicher, wie sie reagieren wird. Ich kann mich nicht an alle Einzelheiten dieses Gesprächs erinnern. Einige Monate später traf ich ihn wieder. Er erzählte, meine Frau hat herausgefunden, dass ich Christ bin. Ich fragte ihn, hast du es ihr gesagt? Und er sagte, nein, ich habe mich wahrscheinlich anders verhalten als die meisten ihrer Brüder. Ich helfe ihr beim Abwasch. Ich bin freundlich zu ihr und zeige ihr, dass ich sie liebe. Dann fragte sie mich aus heiterem Himmel, Mohammed, bist du ein Christ? Und dann musste ich nachdenken, sagte er. Ich musste mich entscheiden, ja oder nein. Verleugne ich den Herrn oder bin ich ehrlich? Also antwortete ich, ja, ich bin Christ. Was geschah dann? Er antwortete, nichts. Sie schwieg. Sie sagte gar nichts. Sie hat meiner Familie meine wahre Identität nicht verraten. Ich glaube, sie beobachtet mich nur. Das ist sehr berührend. Es hätte auch anders ausgehen können. Definitiv. Ich weiß nicht, ob er noch am Leben ist. Ich habe ihn nie wieder gesehen. Ja. Ewart, was sind die Hauptherausforderungen in Saudi-Arabien als Christ? Ich würde sagen, Isolation. Du kannst deinen Glauben nicht öffentlich machen. Deine Familie droht dir mit dem Tod, wenn du ihnen erzählst, dass du ein Christ bist. Für mich ist es undenkbar, meinen eigenen Sohn zu verraten, wenn er Muslim wäre. Oder wenn ich Muslim wäre und er würde Christ werden. Aber in Saudi-Arabien kommt es vor, dass Familienmitglieder die Identität eines Christen in ihrer Familie preisgeben. Auf sie wartet das Gefängnis oder der Tod. Oder sie verschwinden einfach hinter der Sonne. Was bedeutet, dass sie eines Tages einfach weg sind und man nie wieder etwas von ihnen hört. Saudi-Arabien ist eine große Sandwüste. Man kann also leicht Leute loswerden. Ich glaube, Isolation ist für viele Christen die größte Herausforderung. Sie müssen gestärkt werden, aber wie können wir sie erreichen? Wie helfen wir ihnen, inmitten dieser Bedrohung durch den Islam zu bestehen und weiterhin als Christen zu leben? Ich empfinde es als sehr berührend, was du sagst und würde dich gerne fragen, ob du dir vorstellen kannst, mit uns zusammen zu beten für Saudi-Arabien, für die Christen dort. Es wäre mir eine Ehre. Ich hoffe, dass unsere Zuhörer mit mir beten und versuchen, sich in die Situation eines Menschen zu versetzen, der seinem eigenen Bruder, Schwester, Mutter oder Vater nichts vom Glauben erzählen kann. Versucht mal eine Woche lang so zu leben und euch vorzustellen, was das für einen Christen bedeutet. Wahrscheinlich werdet ihr dann ein wenig nachvollziehen können, was es bedeutet, als Christ in Saudi-Arabien zu leben. Du darfst keine Bibel besitzen. Du kannst deinen Glauben nicht frei leben. Und manchmal ist eine christliche Radiosendung alles, was deinen Glauben am Leben hält. Lasst uns beten. Gerne, Evert. Danke. Herr, wir danken dir, dass wir für unsere Brüder und Schwestern in Saudi-Arabien beten können. Es ist so schwer vorstellbar, was es bedeutet, in einer so feindseligen Umgebung wie dieser dir nachzufolgen. Aber wir wissen auch, Herr, dass du in ihnen lebst und dass du jeden Tag, jede Minute bei ihnen bist. So bitten wir dich, Herr, dass du dich unseren Brüdern und Schwestern jeden Tag aufs Neue auf ganz besondere Weise offenbarst, damit sie trotz des Drucks und der Ängste nicht aufgeben, sondern weiterhin deine Nachfolger sein können. So segnen wir sie in deinem heiligen Namen, Jesus. In deinem Namen beten wir. Amen. Herzlichen Dank, Evert. Herzlichen Dank dir, dass du dir die Zeit genommen hast, heute wieder dabei zu sein. Ich sage das deshalb, weil eigentlich das Wichtigste ist, dass wir alle zusammen ein ganz weiches Herz bekommen, um mit unseren verfolgten Geschwistern zusammen zu sein, für sie zu beten. Wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder zuschaltest. Mach's gut. Bis dann. Andere, die auch Gott vertrauten, wurden gequält und zu Tode gefoltert. Wieder andere wurden verhöhnt und misshandelt, weil sie an Gott festhielten. Man legte sie in Ketten und warf sie ins Gefängnis. Heimatlos zogen sie umher, hungrig, verfolgt und misshandelt. Tröstet, tröstet mein Volk, sagt euer Gott. Helft anderen Christen, die in Not geraten sind. Solange uns noch Zeit bleibt, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Vor allem aber denen, die mit uns an Jesus Christus glauben. Möchten sie uns dabei helfen, unseren verfolgten Glaubensgeschwistern beizustehen? Open Doors Deutschland unterstützt verfolgte Christen weltweit. Wir informieren über ihre Lage, nennen konkrete Gebetsanliegen und führen in vielen Ländern Hilfsprojekte durch. Wenn Sie weitere Informationen wünschen oder unser kostenloses Monatsmagazin bestellen möchten, rufen Sie an unter der Telefonnummer 06195 67 67 100. Oder schauen Sie auf unsere Homepage unter www.opendoors.de. Oder schauen Sie auf unsere Homepage.